Wie läuft? Salimora Wenn du aufs Regal dahin klickst, wo die Flaschen drin sind, ne? Nicht wundern, dass du Schaden bekommst Ja, Heuleflash Weil irgendeiner von uns Lead und Uran zusammengepackt hat Ich glaub sogar ich war das Und deswegen bekommt man Schaden Voll komisch Ja Ist halt so, ne? Ja, leider Fiefe Weil die Fiefe Und um halbem müsste man ja eigentlich direkt von der Mine in den öffnen Eingang nehmen Und wir gehen, oder ich geh halt außen rum und grab mich überall durch Schon ein bisschen Cheaten, oder? Na man Na man Ich werd gemobbt Gehst du drauf? Nein Hm Koper Uri Koper Uri Koper Uri Ja, okay, das ist die Diamantspitzsacke Das ist Opfer Ohr Opfer Ohr Koper Ohr Hehehe So was bekommt man hier raus, okay Okay Okay, da kann man das zweite mitmachen, alles klar Nein, das erste Kobalt? Oh, ne Ne Kobalt Ebene Da muss man ein Werkzeug herstellen Das ist halt so ne Flash Was ist das nervig Geht halt Was machen wir damit gemesslich? Koper Uri Eins, zwei, danke Das sind wir noch die Sachen, die hier in der Wand sind Opa Das war das Kobalt Zeug, das ist das Kobalt Zeug, das ist auch nur das Da muss man jetzt ernsthaft durchgucken Na Das ist doch blöd Das ist blöd, das mag ich nicht Gleich ist doof Ne Richtig doof Das hast du immer, dass ich doof bin Dann gibt es eigentlich keine Turtle oder ne Query Hm? Dann gibt es keine Turtle oder ne Query Ja was denn? Ja klar Ja, ja klar Du wirst mich nicht Wenn ich ne Query hätte, würde ich die an Ecke da noch einstellen und bauen und abbauen lassen Darf ich Nicht gut Und man hätte Zeit für viel das andere Hm Ne Paar Maschinenbauern, bisschen hier craften Ja sag ich doch Nicht richtig, schade Weil behindert ist, sagst du das Ach man, du sagst immer, dass ich behindert bin Bin aber nicht behindert, ich bin nur besonderes Besonderes behindert, ja Schade Dach das klappt Was? Nicht zu sagen, dass ich Was besonders bin Ach ja, bin ich ja Ich sag immer, du bist besonders behindert, weißt du doch Ja War nix neues So Jetzt schoffeln wir uns mal durch hier Liefiger Vogel Ha 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 Alter Minispinne, du kotzt mich an Ja, ich kotze dir auch an So So, noch ne Etage tiefer Hallo Dad Keeper Bumm Bumm So Das haben wir erkundet Anakundert So Ich hab da einfach mal ja jetzt 2 Acreos Accumulator angeschlossen Ja, damit das was da schnell reinläuft Ist ja schon doch viel Was da hin muss Ich sag es ist doch viel was da hin muss Ja Ich hab Ich hab das jetzt hier so ein bisschen auseinander gepflückt Dass das ringsrum Jo Macht er erstmal alles kaputt an der Farm Hätt's doch woanders hinsetzen können Nö Mach die Farm doch nicht kaputt da Sonst wächst doch trotzdem alles ordentlich Also stell dich mal nicht so an Komm ja danach wieder heil machen Ist alles kaputt Ist alles kaputt Hör mal los Spinn Fotzenviecher Die Otzenviecher liegen nicht Haben da jetzt eigentlich das raus? Ja Das letzte Ach du scheiße Mach noch ein Loch Zack Und fertig Drei Basic Bags Wird's mich verarschen Ist doch geil Quantic Lens Ein Gunpowder Ein Elektromingel Oh Aber Cyrotheum Das haben wir gekriegt Das können wir auch mal nicht gebrauchen Ich bin jetzt an dem schlimmsten Punkt Angekommen wo die ganzen Spins bauen Mhm Und zwar für diesen Flux Kompensator brauchen wir das Aua Jetzt müssen wir den Scheiß nicht Ach ich hab keinen Platz mehr im Winter super So Schwert ist eh kaputt gleich Den Scheiß Dann den Scheiß Und dann das Und dafür brauchen wir das Und dazu das Und dafür brauchen wir das hin drehen Ach hallo Spinnen Ich bin jetzt zwei Stück Zwei Stück brauchen wir dafür auch noch Ich stelle jetzt mal den Elite Copper Äh 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 Fünf Uhr Äh 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 Zwei Reds Zwei Reds Äh Äh Ich weiß nicht was man hier finden soll noch Wann so nicht Wann noch bei Ärzte aber Irgendwo Irgendwo San und Irgendwo 1 2 1 10 3 10 3 Wenn das da ist dann könnte ich doch eigentlich hier durchbuddeln Pfff Aua Oh man spinnen ey, könnt ihr mich nicht mal da oben ne Fackeln setzen lassen, danke. Ach hallo Zombie, du bist in meiner Falle drinnen, das ist doch schön, dann komm mal her, ja Zombie. Ok, jetzt brauchen wir nur noch zwei Enderium. Ja. Patino hast du noch nicht mitgebracht zu filmen, ne? Habe ich glaube auch gar nicht. Das brauchen wir unbedingt. Ich habe, guck, Ferros Austral, Dieb, Rubin, ne, ich habe gar nicht so was. Oder Ferros hast du auch nicht mitgebracht, ne? Ferros Orts? Ja. Äh, klar, neunz-, äh, 25. Hast du dabei oder was? Ja klar. Ach komm ich entleerst, du gehst mir auf den Keks, du gehst mir auf den Keks! Ich bin nicht, fucken. Ich komme schon hoch, Pulverweiser war vorher alles, ne? Verdoppelt sich das eigentlich bei dem, äh, Induction Smelter mitzland auch? 10% kriegst du Shiny raus. Zwei. Richtig, Pulverweiser. Was muss ich denn machen? Shiny? Ja, Shiny brauche ich eigentlich. Ach du brauchst Shiny. Ok. Wie der Platinum, Or, oder, Ferros. Hast du ne Quest fertig gemacht oder wat? Die Select Quest habe ich doch fertig gemacht. Ja, und sagst du das nicht, dass du irgendwas fertig hast? Wo bist du denn jetzt, an welcher dran? Äh. Ich hab grad noch da. Die Floxen Matrix. Oder Mastery. Rösenant Flox Capicator brauche ich nämlich. Dann kriegt man endlich auch... Na ja, welche Quest ist das denn? Das ist die mit der glitzernden Batterie. Ach. Oder Kartoffel. Ja. Der Kartoffel. Ja. Und da kriegt man auch so'n Billion und... Ja, ich glaube schon. Das ist auch so'n Penny Collection. Dann hast du Penny sehen. Schmeiß das deine Kiste rein. Habe ich das nie mehr. Spinnenaugen. Zeug. Pfeile. Overclass. Oh, ok. Da ist immer irgendwie ein Ohr dabei, das man gar nicht kennt. Ja, irgendwas Neues immer. Aber interessant. Ist halt so. Oh, scheiße. So viele Spinnfähen. Ich hab vor allem 10% ne? Ja. Passiert halt. Fine. Ähm. Habe ich, habe ich, habe ich. Kann irgendwie ich da. Du, 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 du. Ich versuche jetzt mal. Slack hat es beendet, ne? Was? Slack hat es zufällig gemacht. Ah, ne. Slack hatte ich noch nicht. Jetzt habe ich es beendet. Okay. Oh, ein toter Busch. Shiny Ingot. Zwei Stück. Ja? Ja. Cool. Wie sieht denn unsere Ingot-Kiste aus? Oh, die ist voll. Ja, ich weiß. Oh, ähm. Ist da irgendwas von Zucker wieder? Na, erzählt das Quarz. Äh. Ja, keine Ahnung. Haben wir noch ne Kiste? Nirgendwo Küsten. Jetzt irgendwie keine bauen, sondern gucken. Magnesium und 12 Uhr, ne? Ja, lass drinnen. Oh, da warte mal. Äh. 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 Moment, Vorsicht. Warum hast du das jetzt? Warum hast du das jetzt? Warum? Weil ich jetzt alles, was... hättest du nicht reinmachen sollen. Doch. Weil ich jetzt alles, was unter der... in der Kiste war, einfach hier reinpacke. Aha. Und dann kannst du hier die Ärzte reinpacken können, die anderen. Schlauer. Vor allem vorsichtig, und in dem Moment reißt du das Ding schon ab, du Arsch. Ich bin auch ein schneller Mensch. Gehinde, das bist du. Aua. Warum haust du mich? Ich hab da nur ne gute Sache getan. Äh. Gunpowder.